Die müssen eine haben, hier ist alles voll mit Brut. Seht ihr das? Das sind da diese weißen Dinger. Geil, Alter! Die haben es echt geschafft. Aber komischerweise haben die, dann müssen die sogar eine Königin gehabt haben, die einfach keine Eier gelegt hat oder so. Weil die haben hier keine Weißelzellen gemacht. Aber seht ihr diese Waben? Ey, das ist ja mal richtig geil. Da drin sind so, das ist verdeckelte Brut. Aber man sieht schon, wie schwach die jetzt geworden sind. Also am Anfang war der Korb, der kommt... Das ist eine Wespe, oder? Ja, das ist eine Wespe. Die Hassler sind immer gleich am Start. Ja, die kommen gleich rein hier. Weil die Königin einfach eine Zeit lang keine Eier gelegt hat. Und die Bienen ja im Sommer nur so einen Monat leben. Deswegen sieht man schon, Alter, die sind jetzt echt... Da ist nicht mehr viel los. Das höchste Zeit, letztes Mal war das ja, bis hier noch voll mit Bienen. Mann, es hat geklappt, Alter. Das ist doch schon richtig geil, ey. Wie geometrisch das ist, gell? Das finde ich ja immer so krass. Wenn sie nach Hause schauen... Boah, was hier für ein Stauber, Alter. Und alle rein. Krass, Mann. Ich feiere das ja mit den Körben, feiere ich ja am meisten. Weil das so natürlich irgendwie ist. Ich bin gespannt, wie es ein paar... Ich bin gespannt, wie es ein paar... Ich bin gespannt, wie es ein paar...